Geisteskrank Hi und willkommen zurück zu Beast Town Und ja, wir haben ja letztens schon ein bisschen unser Haus gebaut Jetzt haben wir wieder endlich mal eine gescheite Hütte Naja, da oben haben wir jetzt ein bisschen anderes Holz genommen Aber, naja Wir wollen unser Bett heute mal bauen Das war so Und dann so Unser Bettchen haben wir schon mal Ähm Jetzt gucken wir Ah, hier hin Mal gucken, ob jemand... Ne, dann kann ich auch mal schnell schlafen gehen Ah, wir haben noch eine Schnacht Okay Und als nächstes Habe ich auch vor Ähm Und zwar ein Backpack zu machen So Und so Und dann ein Holz dahin Nein Wie war's dann? Hi, sorry, ich muss gerade einen kleinen Cut machen Und ähm Und ähm, ja Ähm, das Summer Player und Flachmann LP Schreibt gerade Und ja Wir nehmen auf Und Ja Wir haben ja letztens jetzt unser Bett Und Jetzt möchten wir uns unser Dings machen mal Ähm, unser Backpack So Und so Und so Oben eins Und da unten eins Hä? Wie jetzt? Ging's nicht? Nochmal gucken Und Wieder geschrieben Natürlich ich Ja, klar, ich Meine ich doch Mensch Hahaha Ähm Wo ist es da? Ne Ach, ne Truhe brauchen wir Eine Truhe brauchen wir auch noch So Okay Ich hab gedacht Mein Ton wär weg Haha So, also die Truhe Dann hier Dann so, so und so Dann die zwei Wolle Upsa Wolle Und dann ein Backpack haben wir Jawoll Ähm, da können wir unser Fleisch und sowas rein tun Geist das krank Ja, das Aufnehmen auch ein bisschen krank Ja, das Aufnehmen auch ein bisschen krank Okay, äh, auf jeden Fall wollen wir unser Backpack hier noch ein bisschen Ähm Backpack So rum, genau Dann können wir unser Fleisch hier nämlich schon mal rein tun Na Geht's nicht? Können wir das rein tun? Okay, das war jetzt Fail Ich hab gedacht, da können wir unsere Sachen rein tun Hm, okay Können wir nicht? Hm Okay Okay, dann nicht Gut Ähm Was machen wir als nächstes? Wir machen jetzt nochmal ein neues Schwert Irgendwo Copper Ach, unser Copper können wir auch mal brennen So 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 Dann haben wir auch hier ein bisschen mehr Licht Ähm Ähm Ja Ja Noch irgendwas Was noch so sein kann Hm Okay Ähm Jetzt hat er mich ganz durcheinander gebracht Böse, böse Ach ja, ein Schwert wollten wir machen, genau Ein Schwert Aber wir haben hier gar keinen Copper mehr Aber wir haben hier gar keinen Copper mehr Auch gucken, ob wir das noch benutzen können Ich denk's nicht Hm Ähm Nein, können wir nicht benutzen Okay Dann machen wir hier erstmal ein Holzschwert Besser wie nix So Also heißt, wir müssen wieder Farm gehen Und Mal gucken, ob das hier schon fertig ist Ja Ist schon fertig Ein bisschen zumindest Noch irgendwas, was wir da noch benutzen können Iron Hätten wir lieber Iron Oh, vielleicht kann man es noch schnell retten So Dann können wir nämlich, äh Ein Schwert machen Iron Schwert wäre ja schonmal Ein ziemlicher Fortschritt Ah, ein Achievement Hätten wir auch bekommen Ja, weil das ärgert mich natürlich jetzt mit dem Badpack Ähm Geht nicht weiter Oh, doch Hat gelangt Wunderbar So, dann können wir hier unser Schwert machen So So, erstmal wieder alles wieder installieren Das ärgert mich aber Ich muss ja jetzt nochmal rein Gibt's doch nicht Woppa Das sind wir auch wieder rein Ähm Ähm Das ärgert mich jetzt mit dem Badpack Dass es nicht funktioniert hat So Ähm Da haben wir Echt Denkst du es erstmal reinlegen Weil roh essen Ist Nicht so gut Ähm Ja Jetzt gehen wir mal raus So, hoppla Ist immer gut gewappnet Ist immer gut gewappnet Hallo Zombie Auf einmal kamen zwei Spinnen Oh Boah 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 Tch Tch Tš das kriegen wir auch noch hey hast mich nicht es sind sogar zwei skelett da ja nichts riskieren nichts riskieren wir gehen mal in die andere seite mal runter mal gucken da können wir auch mal so ein bisschen was die anderen schon so gemacht haben in der zeit dahin ist auch licht überall brennt licht so langsam kommt leben ja wir gehen mal hier mal runter und hat einer sich hoch gebaut hey so jetzt sind wir auch hier ein bisschen flach land hinten sind schon bäume können wir schon nehmen wir müssen auch ein bisschen hier haben wir öl hier haben wir doch eine höhle gefunden sehr schön werden wir mal runter bauen so da haben wir schon ein bisschen kohle sehr gut wieder schlafen so dann hier noch ein bisschen und wir sollen unbedingt ein bisschen noch ein bisschen koppelstone holen oh was ist da oh meistens da auch noch was müssen wir nochmal so ok da haben wir noch was ist das ich müsste iron tag genau auch mal mit da haben wir auch mal kohle mal eigentlich schon mal gefunden so da können wir uns ja wieder hoch bauen so ok 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 Ich glaube, das ist auch nochmal Kopper. Kann das sein? Ja. Das brauchen wir auch. Kopper. Oh, wer ist denn da? Ah, hier haben wir auch noch Kohle gefunden. Sehr schön. Das sind wir auch mal mit, natürlich. Man kann halt genug Kohle haben. Oh, Level 10 schon. Und wir sollten mal was essen. Hoppa, hoppa, wo ist es da? So. Dann baue ich das hier noch fertig und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Da haben wir ja ein gutes Örtchen hier gefunden. Gut, dann sagen wir der anderen noch Tschüss. Mal spalten. Dann, danke fürs Zuschauen. Lasst mir noch eine Bewertung da und schaut auch mal bei den anderen mal vorbei. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.